In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man eine Polynom-Division durchführt. Hier werden nur das Lösungsschema und ein paar Stolperfallen anhand von Beispielaufgaben erklärt. Weitere Anwendungsbereiche für die Polynom-Division findet ihr dann am Ende dieses Tutorials im Abspann. Für den Anfang schauen wir uns natürlich das Lösungsschema anhand eines einfachen Beispiels an. Wir haben also hier zwei Polynome, die wir dividieren möchten. Unser Polynom auf der linken Seite nennt man üblicherweise Zählerpolynom und das auf der rechten Seite, also dieser x-2, nennt man üblicherweise Nennerpolynom. Damit eine Polynom-Division überhaupt möglich ist, muss der Grad des Zählerspolynom, also die höchste Potenz im Zählerpolynom, mindestens genauso groß sein wie die des Nennerspolynom. In diesem Fall gibt es keine Probleme. Auf der linken Seite ist die höchste Potenz dieser hoch 3 und auf der rechten Seite von dieser x, x hoch 1 ist die höchste Potenz. Und mit diesen zwei höchsten Potenzen fangen wir auch an. Hier an der Seite dividieren wir die höchste Potenz im Zähler durch die höchste Potenz im Nenner. Das ist eine einfache Rechnung, x hoch 3 geteilt durch x sind natürlich x hoch 2. Und dieses Ergebnis schreiben wir hier an dieser Stelle rein. Diese x hoch 2 multipliziert man der Reihe nach mit allen Termen im Nennerpolynom, das heißt einmal mit dem x hier vorne und einmal mit dem minus 2 und schreibt dann die Ergebnisse auf der linken Seite mit umgedrehter Vorzeichen. Das heißt, x hoch 2 mal x wäre eigentlich x hoch 3, schreiben tun wir dafür minus x hoch 3. Also wir drehen das Vorzeichen um. Genauso auch bei dem nächsten Term, x hoch 2 mal minus 2 wäre minus 2x Quadrat, schreiben tun wir aber plus 2x Quadrat. Man kann an dieser Stelle alternativ auch eine Minusklammer nutzen, ich finde es aber umständlicher, als wenn man gleich so wie hier die Vorzeichen umdreht. Als nächstes ziehen wir dann hier unten einen Strich und zählen die passenden Terme zusammen. x hoch 3 minus x hoch 3 ist natürlich 0, also verschwindet. Und minus 6x Quadrat plus 2x Quadrat sind dann minus 4x Quadrat. Um die Polynom-Division an dieser Stelle weiterführen zu können, braucht man hier genauso viele Terme, wie man Nenner hat. Also der Nenner hat dieses x und die minus 2, also zwei Terme. Aus diesem Grund holen wir als nächstes die 11x hier nach unten. Und jetzt geht der Spaß von vorne los. Wir nehmen hier an dieser Stelle wieder den Term in der höchsten Potenz, das heißt dieser minus 4x Quadrat und teilen es an der Seite durch die höchste Potenz im Nenner, also durch x. Minus 4x Quadrat geteilt durch x sind entsprechend minus 4x und dieses Ergebnis tragen wir dann hier ein. Dieser minus 4x wird natürlich auch entsprechend mit jedem Term im Nennerpolynom multipliziert, das bedeutet einmal mit diesem x und einmal mit der minus 2 und erneut mit umgedrehter Vorzeichen hier auf der linken Seite geschrieben. Das heißt, minus 4x mal x wäre minus 4x Quadrat, schreiben tun wir aber plus 4x Quadrat. Und minus 4x mal minus 2 sind 8x, schreiben tun wir aber minus 8x. Dann natürlich wieder alles zusammenzählen, das heißt minus 4x Quadrat plus 4x Quadrat verschwindet und 11x minus 8x sind natürlich 3x. Als nächstes holen wir natürlich die minus 6 noch von oben nach unten und legen wieder los mit der höchsten Potenz hier, das wäre in diesem Fall diese 3x. Und wieder rechts an der Seite teilen wir diese 3x durch die höchste Potenz im Nenner, also durch x und das Ergebnis ist 3. Dieses Ergebnis tragen wir dann wieder hier ein. Und im letzten Schritt multiplizieren wir auch diese 3 mit jedem Term im Nennerpolynom. Also, wir haben einmal 3 mal x, das sind entsprechend 3x. Unten links schreiben wir dann wieder minus 3x, also wir drehen erneut das Vorzeichen um. Und 3 mal minus 2 sind dann minus 6, schreiben tun wir dafür plus 6. Wenn wir jetzt das Ganze zusammenzählen, dann fällt alles weg. Und damit wäre halt unsere Polynom-Division fertig. Und das Ergebnis dieser Polynom-Division wäre einfach dieser Term hier hinten. Damit meine ich x Quadrat minus 4x plus 3. Und noch eine Bemerkung kurz am Rande. Ich sehe, dass diese Polynom-Division genau aufgeht. Deshalb nennt man das eine Polynom-Division ohne Rest. Und natürlich gibt es dann, abhängig von Anwendungsbeispielen, auch eine Polynom-Division mit Rest. Deshalb schauen wir uns jetzt diesen anderen Beispiel, der ein bisschen schwieriger sein wird. Und aufwändiger. Also wir haben hier auf der linken Seite ein Polynom von Grad 4 und auf der rechten Seite ein Polynom von Grad 2. Und wir fangen natürlich wieder an mit dieser höchsten Potenzen. Die teilen wir durcheinander. Also 2x auf 4 geteilt durch x auf 2 sind eigentlich 2x Quadrat. Ihr könnt das auch nochmal hier an der Seite schreiben, aber man kann es auch gleich verrechnen. So schlimm ist die Rechnung nicht. Und dieser 2x hoch 2 wird wieder jetzt rückwärts mit jedem Term hier aus dem Nennerpolynom multipliziert. 2x hoch 2 mal x hoch 2 sind dann 2x hoch 4. Natürlich schreiben wir hier an der Stelle minus 2x hoch 4. Also wir drehen wieder das Vorzeichen um. Dann 2x Quadrat mal minus x sind minus 2x hoch 3. Schreiben tun wir aber plus 2x hoch 3. Und 2x Quadrat mal 1 sind 2x Quadrat. Schreiben tun wir aber minus 2x Quadrat. Dann zählen wir das Ganze zusammen. Das verschwindet am Anfang. Dann minus 4x hoch 3 plus 2x hoch 3 sind minus 2x hoch 3. Und 1x Quadrat minus 2x Quadrat sind minus 2x Quadrat. Damit wir wieder drei Terme haben, so wie im Nennerpolynom, holen wir natürlich diese 3x nochmal hier runter. Und los geht es wieder mit der höchsten Potenz. Minus 2x hoch 3 geteilt durch x Quadrat sind minus 2x. Und dann wieder rückwärts multiplizieren. Minus 2x mal x hoch 2 sind minus 2x hoch 3. Wir schreiben dann wieder plus 2x hoch 3. Minus 2x mal minus x sind 2x Quadrat. Schreiben tun wir natürlich minus 2x Quadrat. Und unser letzter Term, minus 2x mal 1 sind minus 2x. Wir schreiben dafür plus 2x. So, jetzt zählen wir das Ganze wieder zusammen. Das verschwindet. Minus x Quadrat minus 2x Quadrat sind minus 3x Quadrat. Und 3x plus 2x sind natürlich 5x. Dann holen wir noch die minus 1 nach unten. Und fangen wieder mit der höchsten Potenz an. Das heißt, minus 3x Quadrat geteilt durch x Quadrat sind entsprechend minus 3. Und jetzt, minus 3 mal x Quadrat sind minus 3x Quadrat. Wir schreiben erneut plus 3x Quadrat. Dann minus 3 mal minus x sind 3x. Wir schreiben minus 3x. Und minus 3 mal 1 sind minus 3. Wir schreiben dann natürlich entsprechend plus 3. Dann zählen wir alles zusammen. Und am Ende verschwindet das hier. Und hier haben wir 5x minus 3x sind entsprechend 2x. Und minus 1 plus 3 sind natürlich wieder 2. Und weiter geht es nicht mehr, weil der Grad dieses Polynoms hier, hoch 1, niedriger ist als die höchste Potenz Nenner. Das heißt, sind wir fertig. Und damit können wir sozusagen unser Rest bilden. Normalerweise schreibt man das Ganze hier hinten dran. Also plus 2x plus 2. Und das Ganze geteilt durch den Nenner. Und der lautete x Quadrat minus x plus 1. Also entsprechend wäre das jetzt eine Polynom-Division mit Rest. Und als letzte Beispielaufgabe will ich euch noch eine kleine Stolperfahre zeigen. Beziehungsweise eine Stelle, wo man sich bei Polynom-Divisionen sehr oft verrechnet. Obwohl man das eigentlich sehr einfach vermeiden könnte. Dafür werde ich jetzt diese Aufgabe auf zwei verschiedene Weisen rechnen. Und ihr könnt ja selbst entscheiden, was euch am besten gefällt. Als erstes werde ich die Aufgabe ganz normal lösen, so wie sie dargestellt ist. Das heißt, wir fangen wie bekannt an mit den höchsten Potenzen. x auf 4 und x auf 2. x auf 4 durch x auf 2 sind x auf 2. Und jetzt multiplizieren wir das Ganze rückwärts. Das heißt, x auf 2 mal x auf 2 sind x auf 4. Schreiben tun wir aber minus x auf 4. Und x auf 2 mal minus 1 sind minus x Quadrat. Schreiben tun wir aber plus x Quadrat. Dann zählen wir das Ganze zusammen. x auf 4 verschwindet. Und hier müssen wir aufpassen, wir haben Terme mit verschiedenen Hochzahlen. Das bedeutet, die kann man nicht zusammenfassen. Sondern einfach nur hinschreiben oder abschreiben. Heißt, der erste Term lautet 2x auf 3. Und der nächste Term lautet dann einfach plus x Quadrat. Gut, jetzt geht das Ganze weiter. Wir können nochmal mit der höchsten Potenzial arbeiten. 2x auf 3 geteilt durch x auf 2 werden dann entsprechend 2x. Dann 2x mal x auf 2 sind 2x auf 3. Wir schreiben dann natürlich minus 2x auf 3. Und 2x mal minus 1 sind minus 2x. Dann schreiben wir natürlich plus 2x. So, dann wird wieder alles zusammengezählt. Hier verschwindet alles. Und hier hinten müssen wir wieder die zwei Terme abschreiben. Und zwar erstmal x auf 2 und dann plus 2x. Und die 3, beziehungsweise die minus 3 von oben nicht vergessen. Die muss auch irgendwann mal runter. Und jetzt x Quadrat geteilt durch x Quadrat ist natürlich 1. Dann haben wir hier an dieser Stelle dann minus x Quadrat. 1 mal minus 1 ist natürlich minus 1. Und wir schreiben dafür plus 1. Ich schreibe es hier an der Stelle, weil die gehört eigentlich auch unter der 3. Dann können wir das Ganze zusammenzählen. Das verschwindet. Hier ist praktisch schnell 0. 2x plus 0 sind 2x. Und minus 3 plus 1 sind minus 2. Also, man kann es auf diese Weise rechnen. Gar kein Zweifel. Aber ich habe schon gemerkt, wie nervig das ist jedes Mal aufzupassen, welche mit welcher Potenzen man zusammenfassen kann. Dieser Ärger ist auch vermeidbar, indem man einfach einen kleinen Trick benutzt. Und zwar, man benutzt Platzhalter. Ich erkläre kurz, um was es geht. Die Unannehmigkeiten bei den linken Aufgaben sind durch die Tatsache entstanden, dass bei den Polynomen verschiedene x-Potenzen gefehlt haben. Zum Beispiel bei den linken Polynomen haben die x hoch 2 und x hoch 1 Potenzen gefehlt. Deshalb habe ich sie hier auf der rechten Seite ersetzt mit Platzhalter. 0 mal x hoch 2 ist natürlich 0. Und 0 mal x ist natürlich auch 0. Einfach nur, damit sie im Platz halten. Und bei dem rechten Polynomen hier hat natürlich auch die x hoch 1 Potenz gefehlt. Deshalb habe ich es auch mit 0 mal x ersetzt. Auf diese Weise kann man jetzt die Polynomen-Divisionen vier ordentlicher, ungeordneter durchführen und damit natürlich Fehler vermeiden. Also, wir rechnen die gleiche Aufgabe nochmal, damit ihr den Unterschied erkennt. x hoch 4 durch x hoch 2 sind natürlich x hoch 2. Und dann x hoch 2 mal x hoch 2 sind x hoch 4. Ich schreibe dann minus x hoch 4 hier. Dann x hoch 2 mal 0x sind natürlich 0x hoch 3 sozusagen. So kann man, natürlich kann man auch einfach nur eine 0 da an der Stelle schreiben. Wir mussten nicht unbedingt 0x hoch 3 schreiben. Und x hoch 2 mal minus 1 sind minus x hoch 2. Wir schreiben natürlich plus x hoch 2. Dann wird alles zusammengezählt. Und jetzt stimmt das auch mit der Ordnung der Potenzen. Also, das verschwindet. 2 plus 0 sind natürlich 2x hoch 3. 0 plus 1x² sind natürlich x². Und wir holen fiktiv jetzt noch dieser 0 mal x nach unten. Und jetzt geht es wieder los mit der höchsten Potenz. 2x hoch 3 geteilt durch x² sind dann natürlich 2x. Und dann haben wir hier an dieser Stelle minus 2x hoch 3. Dann 2x mal 0x sind sozusagen 0x². Und 2x mal minus 1 sind natürlich minus 2x. Aber wir schreiben dafür dann plus 2x. Es wird wieder alles zusammengezählt. Das verschwindet. Hier 1x² plus 0 sind natürlich x². Und 0 plus 2x sind natürlich 2x. Jetzt holt man noch mal die 3 hier runter. Und fängt wieder mit der höchsten Potenz an. x² durch x² sind natürlich 1. Dann haben wir hier minus x². Dann 1 mal 0x sind natürlich 0x. Und 1 mal minus 1 sind minus 1. Wir schreiben aber dafür plus 1. zusammengezählt bleibt dann nur noch übrig 2x minus 2. Also auf die Weise hat man ein bisschen Ordnung in die Rechnung. Und meiner Meinung nach kann man sehr gut damit Fehler vermeiden. Zum Schluss noch ein paar nützliche Hinweise. Polynom-Divisionen kann man in erster Reihe natürlich dafür berechnen, um Nullstellen von Polynomen zu bestimmen. Oder Polynome so zu zerlegen, dass man leichter diese Nullstellen bestimmt. Dann ist es natürlich auch dann anwendbar, wenn man eine schiefe Asymptote bei den gebrochen nationalen Funktionen bestimmen möchte. Beziehungsweise wenn man gebrochen nationale Funktionen so zerlegen möchte, dass man letztendlich eine Partialbruchzerlegung durchführt. Und auch im Rahmen von komplexen Gleichungen ist es anwendbar. Damit meine ich den Bereich der komplexen oder imaginären Zahlen. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat,